So Leute, ich habe jetzt mal die langweiligen Sachen übersprungen und Jack geht einfach mal nach Hause. Der liebt mich einfach nicht. Jack, warum tust du mir das an? Habe ich schon gesagt, jetzt ich bekomme zurück. Ich habe einen Punkt bekommen und den investieren wir in... 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 In was investieren wir? Machen wir das hier. Ihr sucht nur gerade einen Keks. Weil ich heutzutage bin zum Kochen. Gut. Ja, dann geh doch, Jack. Dann geh doch auch. Ich dachte, er würde gehen. Ach, Jack. Jack, Jack, Jack. Immer diese Batmans. Es gibt ja einfach zu viele Batmans. Äh, wo bin ich? Ach, was essen wir? Gut. Jackie, wir kriegen das hin. Ich muss da mal Essen bestellen demnächst. Wir haben kaum noch was. So, Jack. Jackomacko. Jackomacko. Dieses Spiel ist einfach das angesagte Spiel aller Zeiten. Es bleibt so lang anges... Hä? Ähm, hallo. Ich bin Dani. Ich möchte hier was aufnehmen. Warum klappt das nicht? Ähm, weil der schon was aufnimmt oder was? Jack, was machst? Jack, du bist teurer geworden. Ich habe den Typen aufgelevelt. Und jetzt wird er einfach teurer. Jack, kannst du mal bitte gehen? Hä? Kann man mal jemand sagen, warum ich gerade kein Video machen konnte? Jack, verpiss dich! Ey, wie klappt das gerade nicht? Ist der PC kaputt? Jack, verpiss dich! Da gehe ich halt arbeiten, mein Gott. Weil soll ich Jack dann doch feuern? Wenn er teurer wird, habe ich keinen Bock drauf. Das ist so, es bleibt so das Gehalt. Ich habe jetzt so voll Schnäppchen gemacht. Und es bleibt so. Und ich lebe ihn einfach hoch. Nein. Irgendwie nicht. Endlich ist Jack weg, dieser Blödmann. Ich wollte nichts Böses sagen. Oh nein, keine Präsentation. Oh nee, ich habe jetzt keinen Bock auf eine Präsentation. Äh, ja, komm. Halt's Maul. Ich habe dein Tagebuch. Jackie! Zeig mir dein Video. Ja, lad es hoch. Ich muss zu einer Präsentation. Mal wieder. Ich sollte mal wieder neue Klamotten kaufen. Jackie! Mach ein Video. Hier, mach dein Gameplay von. Ich muss zu pressen. Was ist denn das, manuell? Manuell, automatisch. Ah, dann kann ich ihn jeden Schritt überwachen. Manuell. Oh, bin ich befreit von dieser Präsentation? Jackie. Nein, ich habe das Spiel verbuggt. Ähm, geil. Ah. Ich habe das ganze Spiel verbuggt. Toll gemacht, Dani. Aber ich muss nicht zur Präsentation. Das ist der Vorteil. Komm, jetzt können wir ihn dafür aber, äh, unter die Arme greifen. Und zeigen, wie er so ein Video zu machen hat. Werden wir ihn einfach automatisch machen sollen. Egal. Wir hauen ein geiles Video raus. Bis dann kann ich es eigentlich auch selbst machen. Da brauche ich ihn gar nicht für. Er hat eh weniger Ideen und so als ich. Deswegen ist das Video einfach schlechter. Aber was soll man machen? Er ist halt neu im YouTube-Gewerbe, im Geschäft, im YouTube-Perium, wie ich gerne immer sage. Ich glaube, das habe ich gerade zum ersten Mal gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und, äh, dafür macht Jackie es doch ganz gut. Wir haben Jackie lieb, wir alle, nicht nur ihr. Honey, 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 honey. Geld. Geld, Geld, Geld. Must be funny in the witchman's world. Für Geld tue ich alles. So, bitte. Nehmt das nicht auf. Aber für Geld tue ich das. So, perfekt. Wir werden uns das Spiel umgehen. Mach ein Gameplay von Julie. Öffnen. Ist das das Gameplay von Julie? Gut, ich werde jetzt sch... Jackie. Ach, du liest das gerade hoch. Gut, ich werde jetzt schlafen, was essen. Dann mache ich ein Gameplay von Julie, weil da kriege ich Geld für. Äh. Oha. 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 Oha, weil ich da nicht hingegangen bin, ne? Oha. Die mögen mich nicht mehr. Ist mir egal. Ich mache jetzt ein Gameplay-Video von Julie 05. Habe ich das Spiel nicht bekommen? Äh. Warte, 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 warte. Macht das Gameplay... Ach, vor dem... Ach, ich bin so dumm. Ach, ich soll das vor dem 5. Juli machen. Ich denke, das Spiel heißt einfach so... Ach, ich bin so dumm. Ach, ich habe die Konsole nicht, aber es ist mir gerade egal. Ich weine Tränen. Ach. Also, ich entschied mich dafür, dass es Zeit war, ihm mein Einkommen hier zu besorgen. Ja, das ist doch gut. Oh, für welches ist denn das? Für die hoffentlich, ne? Warte. Äh. Warte, ich muss mal ganz kurz anhalten. Nein, ich muss fortsetzen. Für welche Kon... Oha, hör mal auf! Für die Honeyplay Studios 2. Nochmal. Äh. Okay, Honeyplay... Nein, oh, jetzt mache ich schon wieder alles falsch. Ey, weil ich so ein Zeitdruck bin. So. Honeyplay Studios 2. Geil. Habe ich. Kaufen. 48 Stunden, das wird so knapp. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Das wird so knapp. So. Wir brauchen jetzt einen zweiten PC für unseren Arsch. Ich meine für unseren Freund. Ich meine für den Typen da. So, wir können ihn jetzt... Eine billige machen wir halt ruhig mal. Monitor braucht er ja auch noch. Also können wir nicht so teuer halten. Webcam. Ist mir zu teuer. Ohne Witz. Ähm. Geht das nicht so? Wirst du doch reichen, oder? Nicht jetzt! Gut. Ist es die? Ja. Kann ich jetzt endlich was aufnehmen? Gut. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr pünktlich. Aber wir gucken mal. Ich meine, ich kriege dafür Geld. Vielleicht kriege ich das auch noch hin. Für Geld kriege ich alles hin. Und da ist der PC und alles. So. Oh, wie geil ich hier zocken kann, wenn das einfach so da fliegt. Es fliegt. Es kann fliegen. Mami. So Fußballspiele sind überhaupt nicht meins. Aber wenn ich Geld dafür bekomme. Ich meine, dann ist doch okay, oder nicht? Geld ist Geld. Geld regiert die Welt. Money for Bruder. Luder for Schnodder. Es ergab keinen Sinn. Mein PC ist kaputt. Das ergibt zwar auch nicht wirklich Sinn. Aber wir sind das, was es dann ist. Und ja, gut. Hallo, ich grüße euch und möchte euch sagen, dass ich in deinem Smartphone gehackt habe, um... Auf keinen Fall. Natürlich. Ich kriege mehr Abonnenten, weil sie sehen, boh, bist du klug. Du fällst nicht auf so einen Schwachsinn rein. Ja, ich bin schon toll. Ja, das bin ich. Ja, ja. Ich packe die jetzt einfach so hin. Ich habe keinen Bock. So. Uns fehlt... So, Kontrast. Naja, das war jetzt Kontrast. Weicher... Oh, gut. Hat schon genommen. Dann geht das. Ja, ist ganz gut. Ist ganz gut. Da. PC hast du. Warte mal. Oh, nein. Sag mir nicht, ich müsste da... Sag mir nicht, ich habe jetzt falsch eingekauft. Sag mir nicht. Sag mir nicht. Sag mir nicht, ich habe jetzt falsch eingek... Ich habe jetzt... Sag mir nicht. 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 Ich habe jetzt falsch... Ich habe gerade falsch eingekauft, oder? Ich weine. Ich weine. Danke fürs Geld. Ich weine. Ich bin so enttäuscht von mir selbst. Ich bin so enttäuscht von mir selbst. Geld ist fähig. Jetzt habe ich glät geschrieben. Das ist scheißegal. Das erfüllt sein Zweck. Jack. Ey. Jack. 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 Ich hasse dich. Jack. Jack, ich hasse dich so stark. Oh, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben, Jack. Und Jack ist auch noch so teuer und ich hasse alle. Oh Mann. Oh Mann. Jack, warum machst du kein Video? Jack. Du Blödmann sollst nicht tanzen. Wenn du nichts unternimmst. Oh. Tschüss, Nora. Mein Gott, ich sage doch Freunde nerven. Ich wusste gar nicht, dass ich mit ihr befreundet bin. Mal davon abgesehen. Oh Mann. Oh Mann. Freunde. Was sind schon Freunde? Wer braucht Freunde, wenn er auch ein YouTube-Leben führen kann? Leute, schreibt es in die Kommentare, ob ihr eure Freunde für YouTube ausgeben wollt. Und wenn ihr es nicht macht, dann seid ihr dumm. Spaß. Auf jeden Fall nicht. Jack. Geh was aufnehmen, du Loser. Da. Mach doch mal ne Review von. Perfektomecto. Schmeck. Warum? Gut. Du machst es das hier. Geh. Geh, du Lobo. Jack soll das Video machen. Jack soll das Video machen. Für was habe ich den Typen nochmal eingestellt? Nein. Ich will das nicht. Jack soll das Video machen. Ich will da gar kein Video von machen. Warum kann Jack nichts machen. Warum kann ich auf Jack nicht zugreifen? Jack. Hallo? Mag er mich nicht, oder was? Arbeitet er nicht mehr für mich? Jack. Jack. Warum reagiert Jack nicht auf mich? Jack. 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 Hallo? Kann mir mal jemand sagen, was Jack für ein Problem hat? Was? Was? Hast du das vermutlich die Rechnung nicht bezahlt, oder was? Was stand da gerade? Jack. Ich entlasse dich gleich. Warum mit dem Essen erst mal? Warum kann ich... Achso, die war ja Hamburger voll. Ich dachte so, warum kann ich mir gerade Hamburger nicht leisten? Das wäre ein bisschen arm gewesen. Hallo, bla bla bla. Mein Kapitel ist mit dem Mächtigen... Nichts bezahlen. Das stimmt eh nicht. Wo ist denn Jack in meiner Freundesliste? Jack. Ich möchte jetzt allein sein. Willst du mich verarschen? Ähm, Jack? Ich fühle mich so verarscht. Was macht Jack für Probleme? Ich muss ihn entlassen. Ohne Witz. Das klappt doch nicht mit denen. Ich schmeiß den raus. Ey, ist kalt. Schiss. Adieu. Verpiss dich. Ey, das geht echt nicht. Jetzt habe ich irgendwie eine Scheiße gebaut, weil ich diese 9-Cat nicht möchte. Jetzt brauche ich noch mehr Scheiße. Okay, das Video ist so kacke. Nein, will ich nicht. Ich würde sagen, ich verwerf das Video. Das Video ist so kacke, oder? Mal sehen, was ich noch so... Nee, das Video wird auf jeden Fall ein Video verwerfen. Jack. 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 Mach ein fucking Video. Please. Please. Jack. Und ich kann auch meine Sachen verkaufen, habt ihr mir gesagt. Das ist sehr gut. Das mache ich wahrscheinlich später noch. Ähm, nein. Jack geht an den Arbeitsplatz 2. Der ist extra für ihn vorgesehen, weil Jack ein Loser ist. Ich hasse dich, Jack. Ich hasse ihn. So, wie kann ich jetzt... Einkaufen, Spiel wählen. Ähm, wenn ich jetzt auf Spiel wählen klicke, kann ich da was verkaufen? Da steht dann Beenden. Ja, bin ich hier raus, ne? Ach, hier. Du erhältst? Ah. Aha, warte. Spiel wählen. Ich habe da so ganz alte Spiele. Die sind bestimmt richtig schlecht. Ich gehe mal von ganz hinten. Ja. Ah, okay. Aber es ist mir eigentlich zu viel Aufwand für so 3 Euro. Oder 3 Dollar. Ist ein bisschen sehr, sehr aufwendig. Ich sollte eigentlich ein anderes Spiel erstmal kaufen. Aber es ist egal. Ich mache jetzt eine Review hierzu. Ich habe übrigens meine 300.000. Wir sind 300.000. 300.000. Ja, ich bin mir sicher, es ist ein cooler Song wird irgendwann mal. So, äh, 300k Abo Special plus Giveaway. Der Typ geht jetzt aufnehmen, was ist schön für ihn. Und ich kann jetzt mal eine ernste Begrüßung dieses Video einleiten. Ernst, wie ich alles immer begrüße. So. Ein unlistiger Kommentar haut alles gleich wieder raus. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Ne, das mache ich so. Ein philosophischer Kommentar bei Ladebildschirm mit Hinweis. Und ein, du bist in der letzten Minute zurück ins Spiel gekommen. Ein feierlicher Schrei. 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 Bist du selbst bist. Schrei. Auch wenn es das letzte ist. Schrei. Auch wenn es wehtut. Schreiten, Leute, du kennst. Ja, solche Lieder haben wir uns damals angehört. Damals. Äh. 2002. 2002. Oder 2004. Irgendwie sowas von. Nein, ich wollte da gar nicht hin. Egal. Mein XP. Mein XP. 11. Juli. Kann ich das irgendwie absagen? Ich krieg kein Geld dafür, ne? Dann will ich das absagen. Ihr müsst verstehen. Ich bin nicht geldgeil, nur weil ich geldgeil bin. Ja. Und wenn ihr das nicht versteht, dann seid ihr geldgeil. Genau so ist es. So ist das Leben. So. Passt es schon am besten? Äh. Äh. Nicht wirklich. Aber wir kriegen das hin. Ähm. Gut. Ist, äh, ganz gut. Herzlich grüße. Ich möchte sagen, dass ich mich dann... Auf keinen Fall. Zeig das Ergebnis deines Videos, Jack. Wow, das ist so scheiße. Latz hoch. Tu es einfach. Ich habe ein neues Kärtchen. Und gehe schlafen. Und... Werde dann noch was essen. Und Jack ist einfach so... Ey, Jack. Äh. Äh. Hier, starte den Kurs, Jack. Lerne. Wenn Jack nichts hochlägt, muss er lernen. Ich meine, ich beteil ihn immerhin. Warte, wie viel... Ich denke gerade nicht, wie viel ich ihn bezahle. Was sind meine Ausgaben? Ich brauche meine täglichen Ausgaben. Mein Einkommen. Das ist geil. Eigentlich schon ganz gut. Ja, ja, ja. Dem gegenüber stehen natürlich meine Ausgaben, die ich durch Jack größtenteils habe. Gut. Ich muss nochmal ein neues Gaming-Video aufnehmen. Es ist so hart als YouTuber. So hart. Ne, ich brauche ein neues Game. Erstmal einkaufen gehen. Erstmal neue gute Games holen. Vielleicht sogar zwei, dann kann Jack auch noch eins machen. Ähm. Amazing Yarn. Top Seller. Ta-baa. Nehmen wir das günstigste. Top Bewertungen. Gibt es da noch so was günstiges? Ähm. Hier, elf. Elf Euro zahle ich gerne. So, zwei neue Games geholt. Und ich möchte Klamotten gern einkaufen. Für die nächste Präsentation. Hippie-T-Shirt für Frau. Genau meins. Cartoon-T-Shirt für Frau. Genau meins. So wilde Shopping-Tour. Karate-Outfit. Warum soll ich mir ein Karate-Outfit gerade holen? Super hellen Outfit. Yay! Hosen. Hosen. Ja, akzeptiere ich. Okay, nehme ich eine normale Hose. Ein Rock. Was? Wie, mein Einkaufswagen ist voll. Willst du mich verarschen? Was? 140? Super. Warte, ich muss da was rausnehmen. Ist ja viel zu teuer. Ich habe gar nicht drauf die Preise geachtet. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Äh, hab ich das jetzt rausgenommen? Ja, ich möchte ja auch was rausnehmen. Ähm. Hallo? Äh. Äh. Oh, Pikachu-Hut. Okay, ich kaufe das jetzt. Und dann gehe ich nochmal einkaufen. Pikachu-Hut. Und eine Cap. Die Cap ist noch kühler. Kühler. Cooler. Ach Gott, ich kann nicht reden. Das wissen wir mittlerweile. Gibt es irgendwie sowas cooles? Schuhe. Hä? Karate-Sandal. Ich liebe so Sandalen. Also kaufe ich die jetzt. Seht ihr, wenn ich einmal Geld habe, dann schmeiße ich mir so beiden Hennen einfach raus. Dafür haben wir jetzt coole Klamotten dann. Mein Einkaufswagen ist schon wieder voll. Gut. Kaufen. Und weil ich es einfach kann. Super-Hand-Outfit. Kaufen. Perfekto-Mecto. Und meine Sachen sind da. Yeah. Ich hätte einen Armbach zu machen sollen. Ich Idiot. Egal. Ich spiele das erstmal. Preview. Ne, ist das schon zu alt, ne? Also Gameplay einfach. Einladung zu ein... Na. Ne, will ich nicht. Ich habe auch was für Geld gemacht. Das sollte ich auch noch annehmen, ne? Was denn für Geld? Äh, The Walking... The Walking Pad. Oh, du scheißt jetzt. Ich muss... Übrigens sind wir gerade ein. Ich muss The Walking Pad auch noch mal weiterspielen. Es ist so dumm. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Mach das Duell von The Walking Pad. Ich liebe es immer noch. The Walking Pad. Ey, lass mir ein Duell aufnehmen. Komm schon, wo bist du, Typ? Jackie. Jackie. Warum hast du jetzt schon wieder Probleme? Ach, Jack hat schon wieder keinen Bock. Egal, dann nehme ich was anderes auf. Dann kann ich leider The Walking Pad nicht aufnehmen. Ich liebe diese Anspielung. Und ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Gut. Linken, eine Begrüßung. Gut. Leute, wenn ihr wollt, dass ich The Walking Pad übrigens weiterspiele, schreibt es mal in die Kommentare. Ich war mir da nicht so sicher. Und dann hatte ich so wenig Zeit. Also schreibt es in die Kommentare, ob ihr noch The Walking Pad sehen wollt. Süß. Süß, süß, süß. Eine nervige Kritik ist eigentlich ich, aber ich mache jetzt einen singenden Kommentar, auch wenn es nicht hinpasst. Komm, nervige Kritik. Erstspiele, wie man es spielt. Uh, das ist ja so neu. Ich möchte dich heute Abend gehen ins Kino. Ja, komm, gehen wir ins Kino heute Abend. Wir waren schon lange nicht mehr im Kino. Aber erst mal muss ich hier rennen und schneiden und schneiden. Mein PC ist gerade schon wieder kaputt gegangen, ne? Ja, ist er. Okay, passiert. Passiert leider immer wieder. Ist kacke, kann man nichts machen. So. Ey, jetzt geh dich kaputt. Geh dich kaputt. Du musst dich reparieren. Ich gehe jetzt mit dem Duell nicht mehr hin. Der Typ ist nicht da. Egal. Warum muss der schlafen? Schlaf ist überbewertet. Schlaf ist für Idioten. Kann ich mit den Klempner oder diesem Reparateur nicht zusammen ein Duell aufnehmen? Ey, ich weiß, Sie sind hier zum Reparieren, aber nehmen Sie mir auch mit mir ein Duell auf, ne? Kommen Sie. Kommen Sie schon. Nein? Okay. Voll mies. Voll traurig bin ich jetzt. Muss ich einmal eine Pizza essen. Abwechslung muss sein. Was? Wieso sind die negative Kommentare? Ich glaube, es hackt hier. Ohne Spaß. Ich glaube, du hasst sie nicht alle. So ist das nämlich, ne? So und nicht anders. So. Dann mache ich auch noch was von. Ähm. Arms Gameplay. Unrasierte Arm Action Trilogie. Ja, gut. Passt. Tolles Video. Super Video. Ich liebe es. Und das gucken voll wenige gerade. Das liebe ich nicht. Hallo? Mehr schauen. Mehr kommentieren. Mehr schauen. Mehr abonnieren. Mehr masturbieren. Oh, der Typ ist wieder da. Mehr, ähm. Mehr, mehr, mehr. Einfach mehr. Warum tanzt der schon wieder? Ich hasse ihn so. Ich möchte ihn feuern. Ich würde ihn so gern feuern. Ich werde ihn bald feuern. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Danni, feuer ihn. Du musst es tun. Du musst ihn feuern. Du musst ihn feuern. Los, tu es einfach. Nein, Danni. Das ist böse. Du darfst ihn nicht feuern. Du hast ihn erst eingestellt. Er ist dein Freund. Doch, Danni. Feuer ihn. Er ist dir ins Bild gelaufen und haut dann schon wieder ab, Danni. Feuer ihn. Feuer ihn. Es ist so die gute und die böse Danni. Die sind gerade so im Zwiespalt, was ich mit den Typen machen soll. Mir geht es sonst ganz gut. Also ihr braucht jetzt nicht verwundert sein, wie bekloppt ich bin. Keine Angst. Das war ich auch schon vorher. Passiert. Sollte nicht passieren. Ist aber so. Schlimme Sachen geschehen. So, was habe ich jetzt noch rein? Das. Das. Und das war's. Ah, sie kommt nicht mehr so geil an. Typi. Äh. Nein. Was? Das ist wirklich mein erstes Wackpunkt geil geworden. Abbrechen. Ey, Typ. Kannst du mal bitte ein Gaming-Video machen mit mir? Ich möchte, dass wir The Walking Pad ein Dual. Was? Wieso kann ich das jetzt nicht machen? Kann ich nicht irgendwie so Dual aufnehmen? Dann egal. Dann nehmen wir was anderes auf. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Dann nehmen wir was auf. Dann nehmen wir das jetzt auf. Ich mache dazu ein Gameplay-Video. Ne, nicht ich. Er. Jack. Jack, du kleine. Ich hasse Jack. Ich hasse ihn so sehr, das wird eh nicht klappen. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Egal, wie schnell ich jetzt bin. Ich hasse Jack. Ja. Aber ich wollte es doch gerade tun. Jack, jetzt bräuchte ich auch nicht mehr. Jack, warte. Jack. Okay, dann machen wir trotzdem das Video. Jack, ich hasse dich. Ich hasse dich, Jack. Ich hasse dich so ultimativ sehr. Ja. Ich habe was frei. Was kann ich machen? Ähm. Sternchen. Yay. Gemeinschaftsprojekte mehr Abonnenten. Das passt, weil ich gerade ein Gemeinschaftsprojekt mache. Seht ihr hier? Guck mal, wie das passt. Und ich habe mich gerade verklingt aus Versehen. Oh mein Gott. Gut. Jack, du siehst ein bisschen apathisch aus, wie du da sitzt. Weißt du das eigentlich so? Ich habe eine Herzattacke bekommen. Mir geht es gut. Irgendwie so. Du bist nicht gesund. Wie du gerade da sitzt. Auf jeden Fall sieht es nicht gesund aus. Ich weiß nicht, ob du dich gesund fühlst. Du kannst dich natürlich gesund fühlen. Aber ob du dann gesund bist, ist das natürlich auch wieder eine andere Sache. Und, ähm, gut. Jacky, du machst mir Angst. Jacky. Komm. Jack, du kannst aber übrigens auch gerne mal wieder was machen, du blöder Mistkerl. Wenn ich immer so auf Jack gehen kann, dann einfach so nichts passiert. Nichts. Ach, Jack. Du bringst mich zu Verzweifeln. Zu Verzweiflung, so. Wollte ich das sagen. Nee, kommt schon so. Ey, Jack, dieses Video ist einfach so kacke mit dir geworden, ne? Ich muss dein PC hier mal aufwerten, irgendwann. Ich dachte, ein Mitarbeiter mit einem Einkommen ist jetzt so eine exzellente Idee. Ich wollte mehr, viel mehr. Der Wunsch, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen, würde immer größer. Ich entschied mich dazu, ein neues Zuhause zu suchen. Von dem, was ich meinen kann, auch viel besser. Was? Ich kriege ein neues Zuhause? Äh. Was? Lass mal reden. Wie viel nimmst du mittlerweile? 288. Ach, Mann. Also will ich jetzt umziehen, oder was? Oh, es ist so teuer. Luxus-Apartment. Okay, ich ziehe um. Aber ich feuere den Mitarbeiter gleich. Oh, Leute, wir ziehen jetzt noch um. Wir ziehen jetzt noch um. Wie krass das einfach ist. Oh, wie krass. Wir ziehen um. Oha. Oha! Wir ziehen um. Oha, schon wieder. Wir sind jetzt von unserer Mama in unsere Studenten-WG gezogen. Und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das nicht diese Luxus-Wille, die wir am Anfang gesehen haben? Ziele jedes YouTube-Teil eines Netzwerks. Aber nicht nur Teil des besten Netzwerks. Natürlich musste ich ein paar Voraussetzungen dafür. und weitere Zünder auf eine Million Abonnenten erreichen. Was? Teil des Sets sozusagen hieß, mehr Geld von Fuse, mehr Aufdrücker, Hilfe mit dem Mitteil... Was? Äh... Okay. Äh, wo nehme ich... Okay. Wo schla... Okay. Kann ich hier irgendwo... Kann ich denn was machen? Essen, schlafen. Ich kann immer noch arbeiten gehen. Äh, ich bin ein YouTube-Star? Ohne Witz. Was gibt's oben? Wo kann ich denn schlafen? Und essen? Sag mir nicht oben. Oben. Natürlich oben. Hier ist noch ein dritter... Aha. Aha. Ja gut, da geht immer schlafen. Umgezogen. Was macht man? Man geht erstmal schlafen und dann isst man was. Und ich kann mir hier noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen, oder wie? Okay, neues Gaming-Video auf jeden Fall. Ich müsste jetzt Ultra... Mit Ultra-Speed eigentlich hochladen können, ne? So. Nochmal. Das hat eben nicht geklappt. Ich wollte hier... Gut. Gameplay. Oha, wie krass ist das? Und der Typ sollte eigentlich auch mal ein Video machen. Oder sollte ich mit ihm die Zusammenarbeit beenden? Wäre auch so eine Sache, die mir am Herzen liegen würde. Weil er mich ankotzt. Ähm, bin ich jetzt Arbeitsplatz 1 oder ist er jetzt Arbeitsplatz 1? Egal, bin ich das? Ne, das ist er. Quatsch, dann möchte ich ihn Arbeitsplatz 2 nur geben. Er macht das natürlich automatisch, das ist mir sowas von egal. Und ich bin am Arbeitsplatz 1. Weil ich Arbeitsplatz 1 mehr verdiene. Weil ich besser bin. Genau so ist es. So ist das. Trete den Nummer 1-Netzwerk bei. Lass mich raten, Nummer 1-Netzwerk ist das Netzwerk, das ich dann habe, oder wie? Warum ist er jetzt hinter mir? Er sollte doch... Er sollte Arbeitsplatz... Ach Gott. Er ist so blöd für alles. Ich hasse den Typen so. Kann ich ihn nicht feuern? Ich will ihn so gern feuern. Ich möchte nichts lieber als diesen Typen einfach feuern mittlerweile. Er ist so dumm. Aber beziehungsweise verstehe ich wieder nicht. Man zieht um und dann so... Ja... Gut, hole ich mir jetzt halt mehr Mitarbeiter. Ich meine, wenn man so YouTube mit Freunden macht, okay, aber so Mitarbeitermäßig... Ach, du musst auch an diesem Scheiß-Ding aufnehmen. Ach so. Ja, das nehme ich nicht. Ohne Witz. Nicht nochmal. Nicht nochmal dieser Scheiße. Gut. Nehme ich das noch als Zwischending? Ding. Irgendwie so, ja. Irgendwie so. Gut, mach ich weiter. Scheint ein paar Leute zu interessieren. Ich steig auf jeden Fall immer im Level auf. Tippi. Tippi. Oh, okay. Hat er irgendwie was gemacht mittlerweile? Warum gehst du an den PC? Der ist doch gar nicht vorhanden. Oder doch, der ist wann? Sag ich ihm nicht. Tut mir leid. Gut. Neue Karte! Yay! Neue Karte! Und das ist ein neuer. Da könnte ich niemand neuen einstellen. Aber erstmal sollte ich sein PC dann hier aufleveln. Äh... Was? Buchclub? Nein. Man weiß nie. Äh... Warum soll ich jetzt... Hä? Okay, gut. Beeindruckend. Geilo. Ich krieg Money, Money, Money... Hallo? Hi Dani, ich bin dein immeriger Mitbewohner. Es freut mich, dass du so erfolgreich bist. Die Präsentation eines anderen Handys steht bald an. Und ich habe gehört, dass ein paar ganz neue Exister. Ich habe zwei Einlagen, zwei Anstellungen. Wolltest du gerne mit mir willkommen. Vergiss nicht deine Teilnahme. Äh... Ja, neues Handy. Wo ist denn das? Wo ist denn das dann? Baby? Ähm... Ich sehe das gar nicht im Handy. Man in Black, Cosplay, Forrest Camp. Ah, Apple-O-Phone. Ich denke mal, das ist es. Am 30. Juli kommt das Apple-O-Phone, ne? Aber Leute, das war es auch mal wieder mit dieser viel zu langen Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.